Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag und herzlich willkommen an alle, die schon wieder da sind. Gehen wir mal direkt den Like-Button drücken, einen Kommentar für den Algorithmus da lassen und dann starten wir direkt mit dem Bitcoin-Kurs und Ethereum durch. Wie sieht es aus? 43.600, ungefähr ein Minus von 0,8%. Uff, Passe! Wir befinden uns jetzt hier, wie ihr seht, auf einem 1-Stunden-Chart. Ich kann auch gleich nochmal auf den 2-Stunden-Chart gehen, den wir uns gestern Abend angeguckt haben. Machen wir hier und wir sehen kein einziger Kerzenkörper über diesen beiden. Keine Möglichkeit hier in diesen Trade zu gehen, selbst auf 1-Stunden-Basis seht ihr hier, der höchste Kerzenkörper war 43.920, ungefähr. Und wir haben gesagt, wir warten auf die 44.000. Sehr, sehr schade, mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Aber der Breakout-Punkt war nun mal leider so hoch auf einem 1-Stunden-Timeframe und auf dem 2-Stunden-Timeframe. Und daher müssen wir das Ganze auch erst wieder überschreiten, bevor wir hier diesen Trade nehmen können, wenn wir auf Ausbruch, Retest, Follow warten. So ist es nun mal leider, wie gesagt, kein 2-Stunden-Close darüber. Sehr, sehr schade. Und jetzt heißt es einfach weiterhin aufpassen. Wie zeichne ich mir denn jetzt hier eine Trendlinie, dass ich weiß, das Ganze geht wieder runter. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Denn wir sehen oft bei Bitcoin, dass relativ steile Linien nach unten hin gebrochen werden und wir danach weiter hochziehen. Von daher würde ich erst mal eine Trendlinie hier außen vorlassen. Wichtig für mich persönlich wäre es, dass wir diesen Knotenpunkt, diese drei Linien hier, nicht, aber auch wirklich nicht noch mal nach unten hinbrechen. Meiner Meinung nach sehen wir mal so ein 4-Stunden-Close hier unter der Marke von 43.000. Und glaube ich, dass das Ganze nicht so cool enden wird und würden wir hier durch diesen Knotenpunkt fallen, 42.000 ungefähr, habe ich euch gestern Abend schon gesagt. Ich denke, dass wir die 40.000 mal mindestens noch mal wieder sehen. Deswegen würde ich jetzt persönlich definitiv keinen neuen Entry nehmen. Aktuell, wir müssten darauf warten, dass die Mark gebrochen wird, sodass wir vielleicht hoffen können, dass es von dort weiter hoch geht. Bei Ethereum bietet sich genau die gleiche Lage, sage ich einfach mal. Da haben wir ja gestern Abend gesagt, wenn wir dann hier drüber kommen, über diese grüne Linie 3421, da ist die nächste Möglichkeit. Seitdem trenden wir einfach mal runter, sage ich einfach mal. Und zwar, wir haben die Marke gestern Abend noch angetippt, haben uns dann ein bisschen erschrocken. Und von daher, ja, warte ich auch, dass das nach oben hin, überschritten, re-getestet und wir dann weiterziehen bei Ethereum. Hier sehen wir auf einem 4-Stunden-Timeframe ein richtig schönes Fee. Nackenlinie gebrochen, re-getestet, weiter hochgezogen. Das hier ist allerdings kein Mega-Target, sage ich einfach mal, wenn ich nur die Kerzenkörper nehme, kann das sein. Jo, haben wir im Grunde genommen schon abgearbeitet, also würde ich mich nicht darauf verlassen, dass wir noch so weit hochziehen. Bei Ethereum ist im Grunde genommen noch genau das gleiche wie bei Bitcoin. Abwarten, Tee trinken. Sollten wir das hier nach oben hin überwinden, alles klar, dann wäre ich auch wieder dabei. Ansonsten sollten wir auch hier bei Ethereum aufpassen, dass wir hier nicht nochmal unter die Marke von 3.250 fallen. Das wäre, glaube ich, nicht so günstig. Und dann glaube ich auch, dass wir hier die Lows bei 3.000 nochmal wiedersehen. Sehr, sehr kurz heute Morgen. Ja, aber es gibt auch wirklich nicht mehr zu sagen, was soll ich euch, wer weiß wie lange, vollschwafeln. Abwarten, Tee trinken. Ja, jetzt haben wir alle einen Breakout gekriegt, alle freuen sich, okay, Breakout, jetzt geht's aus, was weiß ich wohin. Und dann kriegen wir einen richtig langen Breakout. Einen Retest, aber kein Follow und wir haben immer noch keine Möglichkeit, einen Trade zu nehmen. Es ist und bleibt einfach langweilig für alle die, die unbedingt, ja, es in den Fingern juckt, sage ich einfach mal. Und von daher ist das Trading leider manchmal einfach so. Wir sehen uns gleich noch im Allcoin Update und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal gerne einen Like da und einen Kommentar für den Algo. Ansonsten bis gleich oder heute Abend im Abendupdate.